Ja, ich habe jetzt eine Menge über Annons erzählt und über die Tatsache, wie mein X-Plane-Moment aussieht, aber ich habe noch nicht so viel dazu gesagt, wie eigentlich meine Meinung im Moment dazu ist. Ja, ein bisschen vielleicht schon, aber so viel noch nicht, wie ich es eigentlich wollte oder sollte. Denn es gibt sicher einige von euch, die auch mal mit diesem Simulator geliebäugelt haben oder das immer mehr tun. Denn der FSX hat zwar durch Prepared in Version 2 jetzt einen Semi-Nachfolger bekommen und die FSX-Steven-Version ist jetzt draußen. Aber so wirklich super läuft das alles noch nicht. Und viele Leute haben eben auch Framerate-Probleme, ich auch. Ich bin im Moment sowas von unzufrieden mit meinem FSX, der läuft sowas von übertrieben schlecht, wenn ich AFA fliege. Also das heißt, alles was keine Carinado-Maschine ist und über 5000 Fuß sich bewegt, ist ja auch unter 20 FPS unterwegs. So ist es im Moment bei mir. Und deshalb auch nochmal ein bisschen mehr Motivation hat mir das gegeben, um eben X-Plane aufzunehmen. Aber gut. Was ich zu X-Plane jetzt sagen muss, nachdem ich, keine Ahnung, jetzt in letzter Zeit war sicher noch mal 10 Stunden da verbracht habe in dem Simulator, ist auf jeden Fall durchweg positiv. Wir haben natürlich sehr, sehr viele User-Interface-Probleme, weil es einfach kompliziert und altmodisch gemacht ist. Es fehlt beispielsweise der Spawn am Gate, es fehlt ein passender Pushback, der implementiert ist. Natürlich gibt es da Add-ons für, aber die sind teilweise auch sehr verbuggt. Und die Tatsache, dass es eben Add-ons für ein Pushback braucht, ist ja schon was ziemlich Besonderes. Und ja, solche Kleinigkeiten regen halt auch auf. Genauso eben wie auf dem Boden die Darstellung manchmal. Hier unten seht ihr, es werden nicht alle Texturen ausgetauscht und ich bin gerade am überlegen, ob ich wirklich das Add-ons ordentlich aktiviert habe. Weil ich sehe gerade keine Austauschtexturen unterhalb der Häuser. Also ihr wisst hoffentlich, was ich gemeint habe eben, als ich über Max gesprochen habe. Und ich muss mal gucken, top of the sind alles, der ist erst da hinten. Gut, ich bin die ganze Zeit so in Panik. Ja, also solche Sachen sind schon sehr nervig, aber bei vielen Sachen kann man eben Add-ons verwenden und da gibt es eben Aushilfe mit meistens kostenlosen Sachen. Also ihr seht, wie viele kostenlose Add-ons ich hier im Moment verwende, die eigentlich schon ein ziemlich schönes Bild hinbekommen. Und mal ganz nebenbei, der Simulator läuft im Moment so zwischen 25 und 35 FPS. Da kann ich mich nicht unbedingt beklagen, am Boden wie in der Luft. In der Luft wird es natürlich im FSX nochmal ein bisschen besser, aber am Boden fällt es dann meistens auch schon unter 20 und das ist eben sehr traurig. Ja, was die Add-on-Vielfalt angeht, da muss ich wirklich sagen, da braucht X-Plane wirklich noch eine lange, lange Zeit und vor allem auch den Mut der Entwickler. Aerosoft sagt zwar selber von sich, dass sie für X-Plane sich sehr engagieren, aber sehe ich wirklich nicht. Ich sehe aber auch neben Aerosoft, die sich natürlich auch zwar am meisten engagieren für den Simulator, aber immer noch nicht genug meiner Ansicht nach, sehe ich aber keine weiteren wirklichen Entwickler, die auch mal vom FSX umspringen und auch mal ein bisschen Publicity hierfür schieben. Ich habe gesehen, dass man scheinbar viele Add-ons vom FSX sehr einfach konvertieren kann in X-Plane, manchmal natürlich mit Fehlern, aber das ist eine Sache, die kann man sich ja sehr, sehr schnell fixen. Aber wenn es mal so Entwickler gäbe, wäre es auch nur Flight One. Meine Güte, Flight One ist mit den ganzen Add-ons im Moment im Boden versunken und es muss ja nicht mal ORBX sein, die sich jetzt hier um X-Plane kümmern, wäre natürlich das Schönste, was man sich vorstellen kann. Aber, ja, wären es auch nur kleinere, auch im FSX bekannte Entwickler, die hier mal ein bisschen Publicity machen würden und sich mal hier ein bisschen für engagieren könnten, dann hätte man hier eine schon vollkommen fertige 64-Bit-Plattform, die noch ein bisschen zweigetreat werden muss und auch noch ein paar Verbesserungen braucht. Aber schon jetzt so viel Potenzial hat, dass sogar schon fast in der Standard-Version, also ohne Add-ons, schon fast mehr erreicht werden kann als im FSX. Also ihr seht hier, mit minimalem Kostenaufwand und, ja, vielleicht ein bisschen Arbeitsaufwand, das ist schon klar, habe ich aber hier diesen Simulator meiner Ansicht nach sehr, sehr ansehnlich gemacht. Und, ja, wenn es hier mehr Entwickler gäbe, die sich dafür engagieren könnten, dann würde ich wahrscheinlich sogar darüber nachdenken, den, ja, den Wechsel zu wagen zwischen, äh, zu, also von FSX zu X-Plane. Ja, das ist so das große Problem. Gut, jetzt hier das Add-on backt ein bisschen rum, muss ich mal gucken, warum das so ist. Aber, was ich auch noch zusätzlich sagen muss, es gibt eigentlich neben der 757, äh, und der 777 von Flight Factor, gibt's eigentlich keine guten Add-ons für den Simulator. Es gibt noch einen A350 und einen A380 von einem anderen Entwickler. Aber das sind vier Flugzeuge und das war's. Der Rest ist eigentlich VFR und auch nicht unbedingt so toll. Und, selbst hier habe ich Probleme, selbst hier habe ich, ja, nicht unbedingt so die tollsten Texturen, nicht unbedingt so das durchdachteste, ähm, Konzept. Aber, ähm, ja, das ist meiner Ansicht nach das größte Problem von X-Plane im Moment und wahrscheinlich auch weiterhin, dass eben einfach, ähm, nicht genug Entwickler sich daran wagen. So, ich muss jetzt echt langsam mal schauen, wie das ist mit dem, äh, Sinken. Hm. Ich sinke sehr langsam. Ich weiß gar nicht, ob mein Autopilot noch ordentlich funktioniert. Ich sehe ihn nämlich nicht. Aber, gut, der Part wird jetzt durchgezogen. Ob die Maschine will oder nicht. Und hier unten sehen wir wieder ein bisschen wolkenfreie Landschaft. Wir könnten uns jetzt mal hier an einer schönen Sicht bedienen. Das ist das Schöne mit zwei Head-Switches, die ich hier zugeordnet habe. Und eigentlich auch zuordnen musste. Bleibst du hier? Ähm, habe ich die Möglichkeit, mich eben hier unabhängig zu bewegen. Einmal, äh, um die eigene Achse oder um eben eine Fix-Achse mich zu drehen. Und dann kann ich auch hier nochmal ein paar schöne Screenshots machen. Das ist immer eine tolle Sache, wenn man einen Simulator oder ein Spiel hat, wo man tolle Screenshots für Thumbnails machen kann. Das mag ich immer sehr. So. Ja, wo war ich? Ja, das Flugzeug macht gerade ein bisschen Probleme. Es gibt wenige Add-ons für X-Plane. Es ist einfach sehr kompliziert überhaupt. An sich, X-Plane ist nicht unbedingt leicht von der Handhabung her, aber das ist machbar. Also, ich meine, ich bin jetzt nicht unbedingt der größte Freak. Aber, ja, wenn man sich einmal ein bisschen eingearbeitet hat, dann funktioniert das auch super. Flugphysik ist auf jeden Fall, äh, gegenüber dem FSX, äh, wirkt es auf jeden Fall realistischer. Ob es denn wirklich so ist, bei jedem Flugzeug kann ich nicht sagen. Und auch hier bei dieser 777 habe ich schon gelesen, dass es viele, ja, unrealistische Züge gibt, wie beispielsweise der Wing-Flex, der zwar da ist, aber irgendwie eher nach, äh, Flügelschlag eines Vogels manchmal, ähm, aussieht, als nach wirklichem Wing-Flex. Aber, ähm, generell die Möglichkeiten, die X-Plane auch für die Flugphysik bietet, das habe ich auf jeden Fall überall schon gehört. Ich kann es natürlich nicht unbedingt, äh, bestätigen, da ich selber kein Pilot bin. Aber nach all dem, was ich gehört habe, ist auf jeden Fall X-Plane, ähm, sehr viel besser, was die Möglichkeiten zumindest angeht. So, jetzt sind wir hier knapp unter der Wolkengrenze wieder. Und sinken. Links von uns haben wir dann die Alpen. Und das sieht auf jeden Fall super aus. Ihr seht jetzt, was ich gemeint habe am Anfang der Aufnahme, dass, ähm, ja, hier diese HD-Mesh-Scenary sehr Gutes tut. Und wenn man so eine Szene vergleicht, ähm, mit dem FSX, dann wird man schon sehr enttäuscht sein vom FSX an sich. Ach, Mensch, alles so schön für Screenshots, bräuchte gar nicht mehr aufhören. Ähm, ja, und hier unten, ja, ich glaube, Urban Max funktioniert in den größeren Regionen schon, aber, pfff, irgendwie auch nicht so ganz dolle. Na gut. Ähm, ich hätte jetzt auch gerne mal bald meinen Autopilot wieder zurück. Ich habe nämlich keine Lust, ähm, jetzt hier die ganze Zeit manuell zu fliegen. Und ich bräuchte noch eine, ein Star, und zwar nicht für die 05, oder, für was brauche ich denn ein Star, sorry. Das im Hintergrund ist mein Handy mit den aktuellen Kommentaren für den FSX, für den, äh, FSX-Part, der eben rausgekommen ist. Ähm, ulma 1p, ulma 1n, ist mir wurscht, aber wir sollten es einfach mal eingeben. Das ist die 05 und ulma 1, ach, was weiß ich, dann gut, clear, den ganz, dann clear'n wir das halt. Ulma 1, was, p, so. Äh, das funktioniert. Das Continuity, zack, execute, wunderbar. Jetzt müssen wir gar nicht mehr so weit sinken, wir bleiben, glaube ich, jetzt gerade auf einem Level, denn unser Top of Descent wurde, aufgrund der Tatsache, dass ich den Flugplan noch nicht fertig hatte, viel zu früh eingeleitet. Und sinke ich weiter? Ja, ich sinke weiter. Hm. Tja, ich glaube, mir bleibt nichts anderes übrig, als den Autopiloten auszuschalten. Wenn das denn ginge. Ja, leider... Leider backt hier alles gerade ein klein wenig rum. Und ich glaube, ich übernehme jetzt einfach mal gerade von Hand, ich habe hier meine Trimmung und auch meinen Throttle, den ich bedienen kann. Leider alles jetzt im Moment manuell und es ist schade, dass ich eben dieses Problem heute habe. So, jetzt könnte ich nochmal sagen, connect to FS, ähm, eben FSC und gebe jetzt einmal meinen Star ein. Achso, es könnte hier auch noch eine Transition geben. Welchen nehmen wir denn dann? Auf die 05 könnten wir GVA oder I, Indus, Indus, nehmen wir die. Da braucht es noch eine Transition, sehe ich gerade. So, gut, dann funktioniert das auch. Wie wäre es, wenn ich den Autopilot jetzt einfach mal langsam überschreiben könnte? Wäre nett. Nein, ich will... Ich will aber nicht drehen. Mensch. Nein, 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 böses Luftwerk. Das Problem ist, ich kann den Autopiloten, ich pausiere mal gerade und gehe mal gerade in die Einstellung. Ähm... Ich hatte nämlich diesen Button, den ich hier jetzt gerade gedrückt habe, ähm, für den Autopilot Disconnect eigentlich gewählt. Aber ich würde ihn gerne für den kompletten Autopiloten benutzen. Ähm, gib mir einen Moment. Jetzt muss ich mal gerade schauen, wie und wo ich den Autopilot-Netz hier ausschalten kann. Ja, gut, das ist Flight Controls, das macht keinen Sinn. Oder ist hier irgendwo ein Autopilot Disconnect drin? Nee, View, View, Lights. Systems. Ähm... Auch nicht. Eis, ganz viel Eis. Nein. Instruments. Ähm, auch nicht. Weapons haben wir keine, soweit ich weiß. Tipp ich mal. Radios, ähm, mit auch keinen Sinn. GPS, FMS, General, auch nicht. Map, Replay. Also es muss bei Autopilot sein. Ähm...